so leute wir sind fertig also so gut wie ihr mein kollege macht jetzt noch kaltgeräte genau und zwar zeige ich euch jetzt einmal alles was wir aufgebaut haben und zwar haben wir eine paar 54 von mir hier oben stehen dann haben wir hier einmal für lasershow das ist noch an und zwar einen noch eine paar 54 stromkasten dann geht es weiter hier also dann führt da ein kabel lang und das führt uns hier hin dann geht es hier lang und das ist noch eine paar 54 dann führt uns jetzt wieder runter ziehen wir hier entlang und da wieder eine und jetzt ist es wieder an sehr schlecht ab und dann geht noch ein kabel hier weiter dann ist hier eine also und da ist wieder und alles man die die zeit verpflichtend dann fülle deine kabel hier lang fülle ganz hier hin hier hoch da ist die runde Und dann haben wir da einmal den Maschum, Disco Kugel, A16 Rot und dann führten wir uns wieder zurück. Dann, wir zweiten. Hier ist unser grüner. CL. Ja. Dann, das ist hier. Der Spot hin. Ey, nicht machen. Hier haben wir den Mediasup. Die Top. Enttöne die Lampe. Ja, klar. Okay, jetzt machen wir mal durch. Und dann geht es hier hinter. LED-Bar habe ich ja gezeigt. Hier ist die 80-Gott-Nägelmaschine. Gut, reicht. Wir haben unser Mistpult. Moving Head. LED-Lampe. Und dann machen wir jetzt Soundcheck.